war jetzt nicht sonderlich schwer aber naja ah, da ist der, ok ah, nein scheiße ich sag grad nichts, weil es wirklich ist ich bin grad richtig im Concentration ähm, Dingenskirch naja komm schon, bitte ah, ja ich hab einen Jumper bekommen schade so whoosh schnauze im Öben ich hab keine Zeit, wo ich ich muss hier Quad fahren äh, Motorrad what the 39 lol aua das hat mir getan denk ich mal schätzungsweise wieder keinen Jumper bekommen, man ich hab das, ich bin, ich krieg's nicht mehr hin ich hab's nicht mehr drauf verика die aber ja Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, komm schon! Boah, was ne geile Zeit, ey. 51 Sekunden. Guck mal, ganz ehrlich, man braucht auch keine 9 Sekunden, um da runterzufallen. Oh, wir haben noch so viele Rennen vor uns, ey. Ja, los, meine Fans! Anfeuern! Los, los, los! Hör doch mal auf, wenn man mit diesem Bumm macht, ich voll kehre. Hat man halt auch von, wenn man eine Zeit lang zu viel Slender gespielt hat, ey. Ah, Mann. Hier ist die Zeit aber knapper, ne? Ah, ja. Das geht so. Na, los. Schneller. Ich will doch, ich will doch gut in der Zeit sein. Boah, heute bin ich aber richtig gut in Nailed, ey, ne? Ich glaube, da möchte ich mal ne längere Aufnahme. Das liegt einfach an meiner neuen Tastatur. Das ist jetzt halt, wie gesagt, ne echte Gamer-Tastatur. Mist, 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 Mist. 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 wieso haben sie denn da einen stein hingesetzt das muss doch nicht sein jetzt geht es aber echt so richtig ab wohl ja heute geht es so richtig ab ja wirklich heute ist wirklich mein tag muss ich sagen obwohl ich eigentlich geladen bin weil heute in der schule hatten wir wieder Methodentag damals war nur 5 Stunden immer egal was ist manchmal Donnerstags habe ich immer 4 Stunden da war ich richtig sauer weil ich dann trotzdem 5 Stunden da sein musste aber heute war es in dem Fall gut also heute ist Freitag an dem Tag an dem ich aufnehme und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Perfekt. So. So. Zack. Oder ich wurde auch bei dem Methodentag gefragt. Was? Ähm. Ding ist da. Egal. Auf jeden Fall. Äh, ja. Ich hasse Methodentag. Weil da hat man 5 Stunden, redet man da über dieses Thema, und da hat man 5 Stunden beim Klassenlehrer, überhaupt keine Abwechslung. Die ganze Zeit sitzt man in dem einen Raum. Und das közelt einen so ein bisschen an, ja. Also. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Schule habt, aber wenn ihr auch den in der Schule habt, dann könnt ihr bestätigen, dass es total behindert scheiße ist. Oh, komm schon. Das hört sich wirklich an, wie bei Stannis. Da dumm bumm. Hört doch mal. So. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen beeilen. Und das ist auch mal ein bisschen. Das hört sich sogar ganz gut. Oh, komm schon mal. Ist doch mal. Ich musste mich noch mal vor Angst. Nicht, dass ich mich wiederholfen habe. Ich komme einfach mal vor. So. Und wir haben auch heute beim Methodentag, haben wir auch, äh, gemacht, äh, wir sollten mal Lehrer spielen. Und, ja. Drei Stunden lang haben wir da irgendwas vorbereitet. Und zwar irgendwas mit Englisch-Grammatik erklären und so. Und dann haben wir das Dings, dann haben wir das, äh, drei Stunden lang, also zwei Stunden lang vorbereitet und dann, dann haben wir es vorgetragen. Das war so langweilig, ey. Das war so langweilig, ey. Das war so langweilig, ey. Untertitelung des ZDF, 2020